Und, äh, was haben Sie dieses Mal für mich? Guten Tag, Herr, also 007. Ich habe einiges für Sie also vorbereitet. Hier ist Ihr also mittlerweile obligatorischer Kugelschreiber. Was kann der? Explodieren? Kommen da Laserstrahlen raus? Ha, 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 ha. Nein, das ist also die Spritze für Ihre also dritte, also Impfung. Die ist bald fällig. Hm. Die Impfung ist... Geschüttelt, nicht gerührt. Nein, der Impfstoff ist... Von BioNTech? Nein, leider nur also von AstraZeneca. In Großbritannien haben wir mehrheitlich diesen Impfstoff.